Babushka, achujela. So, ähm. Hehe. Wir sind Luigi, ein kleiner Hampelmann und ein Herz ist aufgetaucht. Krass. Also, less! Und schon wieder fast verloren, ey. Sag mal, Leute, was hier los? Okay, auf jeden Fall brauchen wir jetzt eine Flamme. Oder so ein flammende Element halt. Und ein bisschen Leben. Tschakalakalaka. Ah! Auch nix. Laber doch nicht, du. Schön. Immer auf dem Boden gucken, Luigi, es könnten immer noch Ratten da sein. Oder, ja, es gibt's diese... Jetzt hab ich eigentlich verstanden, wie diese Käse-Dinger arbeiten. Aha. Ai, Mann! Komm jetzt, walla, walla. Komm, einsaugen, einsaugen, fertig. Schon wieder Leben verloren. Oh, ne, lebt mich doch im Arsch. Geht doch. Nur noch 23 Leben, was ist das? Aha, gut. Aha, da... Okay. Kein Geist, kein Geist, kein Geist. Hier ist ein Bubu drin. Wett mir, wett mir. Oh, nein. Krass, Atombombe. Ist da eins drin? Das sind auch die einzigen Geister, die im Licht entstehen, sag ich mal, ne? Einer mit 80. Hi, Kollege, ich bin Bulligan. Bulligan. Komm, nach hinten, nach hinten, nach hinten, nach hinten. Ey, nach hinten, nach hinten, nach hinten. Komm. Ja, gefangen. Guck dir mal, Leute, die Schatten, aber was für eine Scheiße. Geniale Erfindung, oder? Mein Gott, Bo. Sorry. Mario. Okay, was ist da drin? Oh, nee. Krass. Gut, ähm, wir haben ein Wassermedaillon gefunden. Das ist das... Krass, äh, krasse, krasse. Ist das gleich wie für Feuer, nur mit Wasser halt, ne? Das erklärt sich von selbst eigentlich. Ich, man kann aber nicht beides gleichzeitig tragen. Das ist der Nachteil dran. Und das sind auch die Elemente, die eigentlich die einzigen Elemente, Items sind, die man hier einsammelt. Nur, das sind nicht so welche Items, die man für einen Endboss benutzt, das sind einfach nur Items für das Level. Das finde ich scheiße. Oh! Nein, krass. Das will ich jetzt nicht. Aber komm jetzt. Wala, wala. Wir spielen jetzt Super Mario Sunshine. Krass, haben wir viel Wasser verloren. Komm, jetzt geh doch rein, Mann. Meine... Im Garten sind wir. Oh. Eieiieiieiieiieiieiieiiei. Ach, fuck. Gießen, gießen, gießen. Was wechseln hier so schönes? Ooh. Ich brauche mehr Leben, Alter Okay Weg, 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 weg Ach, raus, ich dachte schon Gut, neues Wasser, neues Wasser Jetzt gibt es doch nicht überall Wasser, ne? Vorher gibt es sie überall, denn die Bude ist hier schon am Abbrifffackeln Moment, ich schneide kurz, ich hole mir mehr Leben Ich such halt durch das Haus Ich hab Geld gefunden Ne Menge, Menge Geld Knete, knete Schön, also so funktioniert das Jetzt hab ich's verstanden Ein Rubin Ein blauer Rubin So, gut Jetzt können wir wieder zurück Ich hab genug eingesammelt Ich bin fertig 20 Leben mehr reicht mir Jetzt können wir auch wieder zurück Zum netten Brutus Ich nenne Die meisten Hunde von Nintendo Sind wirklich so aus wie sie im Brutus Ja gut, mir fallen gerade nur zwei ein Oder so Jaja Gießen, gießen, gießen Nix gießen Ach, hier gibt's irgendwie so'n Knochen oder so, ne? Meine Fresse, verpiss dich Hier ist irgendwie so'n Knochen oder so Jetzt gibt's doch hier irgendwie so'n Knochen nach dem werfen soll Und dann Nein, ich will nicht das einsaugen Ich will die Pflanze einsaugen Hallo Ja, nein, weg Ja, es muss dir irgendwas geben Was steht da auf dem Schild? Hier ruhig Gehbein Ehren sie Friedens Was? Ja, was ist das? Meine Fresse Hat diesem Geister niemand beigebracht, dass man kein Wasser verschwenden darf? Wuff, wuff Was ist das? Ach, wo man gerade von Ekel spricht Vielleicht brauche ich wieder Feuer oder so Was geht denn hier ab? Ehrlich jetzt Ich weiß das noch, aber Nein, du fress, verpiss dich Da ist er ja, du Da Da ist jetzt der Knochen und du nimmst jetzt den Knochen, komm Ja, perfekto So war das also Okay, ich muss Bei manchen Sachen muss ich nur manchmal überlegen, denn Die sind mir nicht so ganz klärchen Bärchen Aber die Pflanze habe ich jetzt gar nicht gecheckt So Der Hund ist auch ein wichtiger Verehrer, sag ich mal Nur jetzt ist es so wichtig, dass man den auch jetzt nicht vermisst, ne? Gut, weg von den, weg von dem Pilz Oh, ich verknirrt Als kleiner kann man nicht Egal Okay, ähm Ja, Baby Kann man da irgendwas machen? Oh, ich wollte nochmal zurück Verdammt Egal Was war das hier? Sieht ziemlich alter und zerbrechlich aus Na klar Hallo 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 Oh, ein Herz, ein Herz Ein Herz für Kinder, bitte Ein Herz für Kinder, du Das nenne ich mein Herz für Kinder Und da ist nix Kein Herz für Kinder Mann, ey Unterm Grappern, ja auch kein Erbarmen Schön, ähm Das ist der Eingangshallentor Was ist los? Tja, irgendjemand ist ja gestorben, klar Was soll ich das jetzt anfackeln? Regis, mach mal nicht Ja, was soll ich denn da machen? Hier warten Hallo Klopf Ai, 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 ai Oh Dios Ja, jetzt krieg ich die aber schnell Einfach mal weg von den Knochenwerfern Die können ziemlich hart mit Knochen werfen Und das auch nicht Ui, 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 ui Und das auch nicht leicht Komm jetzt Ach du Fresse, du Komm jetzt, ich will die einfach hineinsaugen Meine Fresse Jetzt aber Ja So Weg von dem anderen Weg von dem anderen Der kann mich auch fressen Der ist, oh, der ist so hungrig, ne Sieht man auch schon Der hat nur noch Haut und Knochen Okay, das eine ist gelogen Der hat nur noch Haut Ha Oh, you bitch Kein Herz für Kinder, Daniel Bist du nicht Bist du nicht der gerade gewesen Der mir ein Herz gegeben hat? Ah nee, es war der Der mir kein Herz gegeben hat Boah, der hört doch mal auf Zu verschwinden Ehrlich jetzt Jetzt, du Man muss sie erschrecken Gut Ne, 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 ne So Das ist also ein Höllenportal Du Ein Eckiger Nicht unter Designter Stein Ist es wirklich so kalt, dass man so atmet? Das weiß keiner Der Der Ich wollte Der Schatten ist auch genial Der Schatten ist auch genial Wie ich finde Für damals Verhältnisse Für damalige Verhältnisse Eigentlich ist es gut Und ein schwarzer Wackeliger Pudding Der Schatten Der Schatten Der Schatten